Mein Name ist Thomas Maiti, ich bin von Dassault System, mittlerweile auch schon ein paar Jahre dabei, seit 2015. In dem ganzen Solidworks und Dassault System Umfeld bin ich schon seit 2006. Und ich beschäftige mich natürlich viel mit der 3D Experience und viel ist natürlich schon angekündigt worden, angesprochen und 3D Experience und so weiter. Und ich möchte es jetzt gerne noch ein bisschen konkretisierbarer machen, ein bisschen greifbarer machen und dann nachher eben auch sozusagen einen Weg zu der 3D Experience in Motion dann legen. Und das ist hier der gängige Theme, wenn es anfängt, oder? Einmal klingelt. Ach, so geht es. Okay, muss man es so rumhalten. Gut. Damit wir alle hier auf den gleichen Nenner kämen, würde ich als allererstes mal ganz kurz über den Product Lifecycle Management, über den Product Lifecycle reden. Viele von den EBM Kunden kennen das natürlich, ihr werdet in die Richtung schon beraten, aber nur damit wir alle einen gleichen Nenner haben. Am Anfang haben wir natürlich hier die Produktplanung. Wir überlegen uns, was wir alles machen können. Dann gehen wir in die Design, in die Engineering, Product Definition. Das ist meiner Meinung nach die Geburtsstunde von den Daten, die wichtigste Abteilung in der Firma, die Konstruktion. Von da aus geht es natürlich weiter, dass wir anfangen Prozesse zu planen, Einkauf zu planen, Arbeitsvorbereitung. In dem Moment sind wir alles nur im virtuellen Produkt. Also wenn da irgendwas schief geht, ist es nicht ganz so schlimm. Also da kostet es noch nicht so viel Geld. Aber sobald wir hier in dem Bereich sind, wenn wir in der Produktion sind, dann fängt es langsam richtig an zu kosten, weil hier sind wir dann in der Realisierungsphase. Und wenn wir hinten rausgehen, dann wollen wir das Teil oder die Maschine verkaufen. Wir wollen sie in Betrieb halten und kriegen natürlich auch Feedback von Kunden. Und zu guter Letzt müssen wir uns vielleicht sogar um das Recycling kümmern. Auf dem Weg dahin entstehen natürlich ganz viele Dokumente. Und was wir machen, ist ja, wir machen eine Wertsteigerung von der Idee. Mit jedem Schritt, was wir hinzufügen, steigern wir den Wert des Produkts. Und wenn wir alles richtig machen bei der Zurückführung, dann haben wir einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und das ist so die Basis. Und auf dem Weg hier entstehen natürlich ganz viele Dokumente. Am Anfang ist wahrscheinlich einmal so ein Requirements-Dokument. Irgendwelche Excel-Tabellen, die sich die Leute da ausdenken. Das bevorzugte Tool immer noch. Dann gehen wir in die Konstruktion. Kommuniziert wird natürlich über E-Mail. Da dreht sich der Magen meines Chefs um. Der hat einmal schon gesagt, E-Mails will er nicht mehr kriegen. Und in der Konstruktion haben wir natürlich dann auch SolidWorks-Daten. Die SolidWorks-Daten werden dann wieder weitergeben per E-Mail. Mit Step-Dateien und so weiter. Dann sind wir in der Arbeitsvorbereitung. Und so geht es langsam Schritt für Schritt, bis es dann nachher beim Kunden ist. Und jetzt muss ich nur aufpassen, ob das der letzte Klick ist. Auf alle Fälle passiert es dann nachher immer mit der einen verdammten E-Mail. So eine kurze Anfrage ganz zurück an die Requirements oder an den Konstrukteur. Und dann geht es los, dass wir anfangen, leicht zu kommunizieren. Ja, wir werden alle ein bisschen nervös, weil der Kunde ist nervös. Und auf alle Fälle am Schluss enden wir ungefähr da, wo wir einen massiven Informationsaustausch haben. Und ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere so in dem Bild wiederfindet. Aber das passiert. Und was wir natürlich haben, sind natürlich solche Prozess-Consultants. Und die gehen dann nachher zum Kunden und analysieren das Ganze. Die sind dann einen halben Tag oder einen Tag da. Und wenn die dann nachher zurückkommen, dann präsentieren die uns so etwas. Und jetzt das Erschreckende ist, das ist nicht der Prozess von der Firma, das ist nämlich nur der Prozess im Engineering, der Konstruktionsprozess. Und das ist natürlich ja logisch, ein Konstrukteur arbeitet immer auf 100% und denkt auf alle möglichen Eventualitäten. Entschuldigung, Kriegswort nimm mal raus nach dem Sekt. Und die wollen natürlich auf Nummer sicher gehen, dass jede Möglichkeit, auch wenn das sehr, sehr unwahrscheinlich ist, aber falls der Fall eintreten sollte, haben wir den hier abgedeckt. Und jetzt, was passiert? Was ich gerne mache, ist, ich nehme gerne so einen Business-Kontext und nehme den ins reale Leben, ins private Leben. Und jeder hat ja seine Sicht der Dinge. Und da kommt es vielleicht manchmal auch zu irgendwelchen Irritationen oder Fehlinterpretationen. Oder halt, ja, es kommt im Endeffekt zu dem. Jetzt mal die Frage, wer traut sich hier zuzugeben, dass er die englische Boulevardpresse liest und kennt das Bild und den Hintergrund? Hand hoch. Hier nickt jemand? Ja, okay, ohne Hand hoch. Und zwar, es ist nicht ganz so schlimm, wie es hier ausschaut, sondern Prinz William kommt gerade aus dem Krankenhaus und verkündet die Geburt seines dritten Kindes. Und genau das Gleiche passiert in Unternehmen. Wir schauen einfach nur von der falschen Seite und sind dann echauffiert, was denn der andere da sagt oder uns deutet, derweil hat er eine gute Nachricht. Aber wie kann man das jetzt das Ganze auflösen, damit wir hier die Sicht der Dinge ein bisschen besser hinkriegen? Und zwar, also mein Chef, Jörn Böhring, hat es vorhin schon angekündigt, die Single Source of Truth. Was wir machen könnten ist, dass wir nicht sequenziell kommunizieren und wild hin und her, sondern dass wir einen zentralen Punkt der Kommunikation in die Mitte stellen und darüber kommunizieren. Und damit stellen wir dann auch sicher, dass solche Missinterpretationen oder der falsche Sichtwinkel eben nicht mehr passiert. Und jetzt habe ich ein ganz kurzes Beispiel mitgebracht, wie denn denn sowas ausschauen könnte mit der 3D Experience Plattform. ist natürlich nur ein ganz kleiner Teilbereich, aber ich denke, der trifft so einen guten Kern, einen guten Querschnitt von der täglichen Arbeit, die wir alle machen. Und am Anfang fängt natürlich so ein Projekt an mit Teamarbeit. Und die 3D Experience Plattform bietet natürlich alle Tools, um agil zusammenzuarbeiten. Und das fängt an in der Brainstorming Phase, wo man einfach mal in eine Community oder in einen Bereich alle möglichen Ideen reinwirft. Die sind natürlich zeitbasierend untereinander. Und wenn ich hier in den Raum schaue, sehe ich eine schöne Mischung. Da sind ein paar Kollegen hier, die sind in meinem Alter noch älter. Die werden nervös, wenn das so zeitbasierend reinkommt. Aber so junge Kollegen, was ich hier auch sehe, für die ist das ganz normal. Die mit WhatsApp und Facebook-Gruppen und keine Ahnung was arbeiten, für die ist das ganz normal. Die 3D Experience Plattform bietet uns hier aber auch die Möglichkeit, wenn wir aus einer Brainstorming Phase rauskommen, das Ganze schön zu strukturieren in sozusagenen Wiki-Pages. Und da fühlen wir uns als erfahrene Konstrukteure, Projektmanager wieder wohler. Nicht nur das, auch ein Projektmanagement-Tool muss natürlich das unterstützen. Und die 3D Experience Plattform hat hier schon beim Beginn, wenn ich das Projekt auswähle, die Möglichkeit, ist es einfach nur mal ein schnelles Projekt, was ich aufsetzen will? Ist es ein agiles Projekt mit den Sprints oder ist es ein Enterprise-Projekt, wo ich sozusagen ein Projekt in einem Projekt und so weiter mit verschiedenen Meilensteilen eben managen kann? Und jetzt ist ein Punkt, der ist mir ganz wichtig, den haben wir auch in der Vorbesprechung gehabt. Und zwar normale Projektmanagement-Tools sind Aufgabenverteilungstools. Also eigentlich sind es Tasks, Aufgaben, die es ihnen gibt und das ist es. Aber im Grunde gibt es ja immer irgendetwas, was zu bearbeiten gibt. Und bei der 3D Experience Plattform haben wir hier eben die Möglichkeit, dass wir hier ein Attachment machen und demjenigen einen Hinweis geben, was er bearbeiten soll. Zum Beispiel, wir starten ein neues Projekt und da gibt es irgendeine Excel-Liste oder eine Liste einzutragen, wo die ganzen Projektpartner mit Telefonnummern, E-Mail-Adressen und so weiter einzugeben sind. Jetzt kann ich das da mal eingeben als Attachment. Derjenige, der die Aufgabe kriegt, weiß sofort, mit was für einem Dokument das er arbeiten soll, braucht also nicht suchen, bearbeitet es und hängt dann am Schluss, wenn er fertig ist, es als Deliverable an und bearbeitet dann nachher seinen Bearbeitungsstatus auf 100%. Und was es wirklich bedeutet, ist, dass wir von einem aufgabenbasierten Projektmanagement zum Ergebnis dokumentenbasierten Projektmanagement übergehen. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied und das können wir nur machen, weil wir Zugriff haben auf alle Daten. Und so schaut das Ding dann natürlich aus mit Guncharts, Meilenstallen, Projektmanage und so weiter. Und da sehe ich natürlich auch die Übersicht, was alles bei mir liegt. Und als Projektmanager sehe ich natürlich die Übersicht, was alles bei den einzelnen Leuten liegt. Dann geht es weiter zu Requirements. Die will ich jetzt eigentlich gar nicht so viel vertiefen, aber Requirements bilden ja die Basis. Und jede Abteilung hat seine Requirements. Am Anfang der Vertrieb, das Marketing und so weiter. Ganz ein großer Teil ist natürlich auch die Konstruktion. Und das alles am Schluss dann nachher zielsicher zu sagen, wir haben 95% der Requirements erfüllt, 3% müssen wir diskutieren mit dem Kunden und 2% können wir gar nicht erfüllen. Die Aussage, dass es ein Unternehmen treffen kann, zielsicher und schnell, ist sehr schwierig. Hier können wir das natürlich machen. Und wenn wir das jetzt aber nochmal auf einen ganz anderen Level holen wollen, dann gehen wir hier zum System, Model-Based Systems Engineering. Und ich glaube, viele sind mit dem Begriff hier schon ein bisschen bekannt. Und ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Aber wenn ich einen Vortrag her über Model-Based Systems Engineering, habe ich danach immer einen Knoten im Kopf. Und im Endeffekt ist es was ähnliches, wo wir uns vor 10 Jahren mit PDM und PLM beschäftigt haben. Das ist der neue Schritt, wo die Reise hingeht. Weil es holt alle Abteilungen in einer Firma ab. Von der Elektronik, über die Software, über die Mechanik. Und damit haben wir dann nachher eben auch die Chance, einzelne Requirements an ein Teil anzuhängen, an einen Konstruktionsschnipsel, an irgendeine Bohrung und so weiter. Und am Schluss können wir das dann nachher wirklich grafisch sauber darstellen, die ganzen Verknüpfungen und Einflüsse, die wir haben. Und nicht nur das, wir können dann nachher eben auch zeigen, dass wir die wichtigen Requirements erfüllt haben. Und wir wissen auch sofort, welche wir nachverhandeln müssen. Und welche, die einfach nicht verhandelbar sind, die wir gar nicht erfüllen können. Das passiert immer in jedem Projekt, meiner Meinung nach. Und im Hintergrund ist das CATIA NoMagic. NoMagic ist ein Produkt für Model-Based Systems Engineering, ist der Marktführer für den Bereich gewesen und hat das System jetzt mittlerweile vor acht Jahren oder sowas schon mal gekauft. Also es bildet die Basis in der 3D-Experience-Plattform. Das Engineering haben wir hier natürlich eine Riesenbaugruppe. Und in so einer großen Baugruppe arbeitet natürlich nicht nur der CATIA-Konstrukteur oder der SOLIDWORKS-Konstrukteur, sondern ganz viele andere Abteilungen inklusive Zulieferer. Also das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Autorensysteme. Wir haben verschiedene Disziplinen. Den konstruktiven Bereich, wo eigentlich die meisten von uns sich wahrscheinlich zu Hause füllen. Dann haben wir aber natürlich auch die Elektrik. Die versteht der Maschinenbauer auch noch zum Teil. Aber dann geht es Richtung Elektronik. Und Software versteht der Maschinenbauer meiner Meinung nach gar nicht mehr. Und hier können wir die Sachen langsam zusammenführen. Und wir haben eine Übersicht über alle Bereiche. Und was im Hintergrund stattfindet, ist eine automatische Klassifizierung, über die ich sofort filtern kann, die grafisch dann nachher in meinem grafischen 3D-Bereich dann nachher eben schön dargestellt wird und sofort ausgewählt werden kann und dann nachher eben weiter über Änderungsmanagement und so weiter kommuniziert werden kann. Also das ist wirklich ein integraler Bestandteil, wie wir hier alle Abteilungen konstruktiv zusammenfahren auf einer Plattform und das ist der Teil der Single Source of Truth, wo die Geburtsstunde des virtuellen Zwillings wirklich stattfindet. Sustainability ist ein Thema. Ich weiß noch, wo das Wort rausgekommen ist und Korsen hat, wir sollen uns damit beschäftigen. Das ist wichtig. Da haben wir nur gedacht, naja, okay, wirklich. Jetzt mittlerweile ist es ja schon ein paar Jahre, wo das tatsächlich so ist. Und ich sehe auch, wie die Regierung nachzieht mit Anforderungen, mit immer tiefer weitergreifenden Anforderungen, wo Unternehmen nachweisen müssen, wie viel CO2, wie viel Wasser, wie nachhaltig und so weiter. Und es wird zum Zeitpunkt, es wird zum Punkt kommen, dass wir eigene Positionen, eigene Mitarbeiter haben, die sich darum Vollzeit kümmern müssen und kümmern werden. Und dann ist es natürlich gut zu wissen, dass man ein PLM-System, eine Plattform im Hintergrund hat, die sich hier mit der größten Lifecycle Analysis Plattform, No Invent, glaube ich heißen irgendwie, verbunden hat. Wir haben eine Partnerschaft mit denen, wo wir Kunden dabei unterstützen, damit sie sehr schnell auskunftsfähig sind. Und nicht nur das, nicht nur auskunftsfähig, sondern auch sofort sehen, wo die großen Hebel sind. Wo sollen wir ansetzen als allererstes, wo wir eine kleine Änderung machen können, aber eine große Außenwirkung oder eine große Auswirkung auf CO2, Wasserverbrauch oder was auch immer Schwermetalle haben. Und das ist ein Bestandteil in der Plattform und das ist ein Bereich, womit sich die jungen Ingenieure in Universitäten massiv beschäftigen. Sustainability ist eines von den ganz wichtigen Themen. Und zu guter Letzt ist Play the Experience. Die 3D Experience Plattform hat ja einen Play Button und wenn eine Animation, das kann eine Simulation sein oder eine Animation hinterlegt ist, dann kann man die abspielen. Und das ist etwas, was ihre Kunden entweder jetzt schon erwarten oder in naher Zukunft erwarten werden. Und zwar wollen die sehen, wie die Maschine im Kontext ihrer Fabrik ausschaut, in 3D, in Virtual Reality, um die Entscheidung zu treffen. Und die Leute, die die Entscheidung treffen und dafür bezahlen, sind immer weniger diejenigen, die tatsächlich noch 2D-Zeichnungen lesen können. Und wir haben Studien laufen, Kunden von uns, die tatsächlich Angebotserstellungen in 3D machen, haben eine wesentlich höhere Abschlussquote, als wir die Kunden, die immer noch probieren, auf AutoCAD LT irgendwas mal schnell, ich nenne es mal zusammen, rotzen, und mal rüberschieben und schauen, dass sie einfach möglichst viele Angebote machen. Also das ist etwas, wo wir hingehen und was unsere Kunden erwarten. Das war jetzt nur ein ganz kurzer, kleiner Einblick, was so eine 3D-Experience-Plattform liefern kann, wie so ein Workflow ausschaut. Aber unsere Kollegen, also der Wilfried Gassi, hier hinten, wird dann nachher in der Pause die 3D-Experience in Motion darstellen und ich lade Sie alle herzlich dazu ein, weil über alles, was ich hier gesprochen habe, hat er hinten noch eine Antwort und noch wesentlich mehr im Detail, wie das tatsächlich ausschaut. Dann bedanke ich mich mal recht herzlich. Vielen Dank für das Foto, was ich von Ihnen machen habe dürfen. Und ich bin natürlich auch ansprechbar. Kommen Sie einfach auf mich zu und ich freue mich auf super Gespräche mit Ihnen. Vielen Dank.